Dann rufe ich auf den letzten Punkt der Darausordnung, Drucksache 19,53. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Mobilisierung pensionärter Polizeikräfte für Abschiebungen belegt völlig verfehle Personalbahnen usw. Drucksache 19,4556. Mit Drucksache 19,61 Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Ausreisepflicht und Asylwerber aus Afghanistan und Drucksache 19,62 Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschiebungen nach Afghanistan aussetzen. Das Wort hat der Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Dienstag hat zuerst die Frankfurter Rundschau berichtet, dass das Landeskriminalamt und die Polizeipräsidien derzeit pensionierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten anschreiben, um sie zu reaktivieren. Für 25 € in der Stunde sollen sie zusätzlich zu ihrer Pension angeheuert werden, um beim jüngst erst aufgebauten sogenannten Rückführungsmanagement und des Landes mitzuarbeiten. Wer sich zu einer Vollzeittätigkeit bereit erklärt, könnte also zusätzlich bis zu 173 Stunden ab 25 € bis zu 4.325 € pro Monat frei von Abgaben zusätzlich einstreichen, denn es gebe, so steht es im Schreiben, ja da keine Hinzuverdienstgrenzen. Ich habe es bereits am Dienstag gesagt, weil Personalmangel bei der Polizei herrscht, werden nun Pensionierte mit Zusatzgeld gelockt, um offenbar in großem Maße Abschiebungen zu organisieren, denn das ist die zentrale Aufgabe eines Rückführungsmanagements, angesiedelt beim Landeskriminalamt. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert zu Recht, dass die Polizei hier Tätigkeiten übernehmen soll, die Aufgaben der Ausländerbehörden und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind. Es gibt aber nicht nur Beratung und Unterstützung von freiwillig Ausreisenden, wie uns der Innenminister am Dienstag weismachen wollte, denn dafür braucht man eben kein Rückführungsmanagement innerhalb der Polizei. Es geht um die Druckausübung auf Ausreisepflichtige und die koordinierte, massenhafte und zentrale Organisation von Abschiebungen. Am Dienstag haben Sie, Herr Minister, auf meine Fragen nicht geantwortet. Also versuche ich es heute noch einmal. Was ist da an Abschiebungen in großem Stil geplant? Wie soll das organisatorisch durchgeführt werden? Sollen jetzt auch jahrelang geduldete und bereits gut integrierte Menschen wieder in Kriegsgebiete zurückgeführt werden? Meine Damen und Herren, die hessischen GRÜNEN verstecken sich derzeit gerne hinter dem Bundesinnenminister und dem Auswärtigen Amt, wenn es um die angeblich sicheren Gebiete in Afghanistan geht. Jüngst konnten wir erleben, wie Herr de Maizière die sicheren Gebiete zu rechtfertigen versuchte, aus Tagesthemen vom 20. Februar 2017. Die normale zivile Bevölkerung ist zwar Opfer, aber nicht Ziel von Anschlägen der Taliban. Das ist ein großer Unterschied. Die Absurtheit und der Zynismus, die in dieser Antwort stecken, ist meiner Ansicht nach nicht mehr zu überbieten. Herr Klose, Sie haben als Landesvorsitzender der GRÜNEN am 11. Februar 2017 in der hessenschau behauptet, es ist in Hessen auch so wie in anderen Bundesländern, dass vorrangig, das heißt, dass vorerst nur Straftäter abgeschoben werden. Herr Klose, Sie wissen doch ebenso wie wir, dass sich unter den vier jungen Männern, die aus Hessen am 8. Dezember 2016 von Frankfurt aus abgeschoben wurden, drei völlig unbescholten Flüchtlinge befanden, die nach vier bis sechs Jahren bereits integriert waren. Gestern wurden erneut vier Flüchtlinge aus Hessen von München aus nach Afghanistan abgeschoben. Herr Klose, ich würde mir wünschen, dass sich die hessischen GRÜNEN endlich der Ablehnungsfront der Länder Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Rheinland-Pfalz und Thüringen anschließen und sich nicht weiter hinter dem Auswärtigen Amt verstecken. Bitte hören Sie also auf, Ihre eigene Wählerschaft und alle anderen weiter an der Nase herumzuführen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat Frau Abg. Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich bei der Debatte auf ein paar wesentliche Fakten beschränken und vor allem auch ein paar Sachen zurechtrücken. Im Oktober 2016 hat es ein bilaterales Rückkehrabkommen zwischen Deutschland und Afghanistan und genauso zwischen der EU und Afghanistan gegeben. Aktuell schieben die skandinavischen Länder und auch beispielsweise die Niederlande nach Afghanistan ab. Weitere Abschiebungen sind angekündigt. Zuständig ist und bleibt die Bundesregierung. Nach Ihrer Einschätzung gibt es sichere Regionen, und im Übrigen auch nur in diese werden zurückgeführt. Grundlage – ich finde, das ist jetzt schon noch einmal wesentlich dafür – ist der aktuelle Asyllagebericht des Auswärtigen Amtes. Das Auswärtige Amt wird derzeit geführt, oder das Außenministerium, von Sigmar Gabriel, SPD. Demnach ist die Sicherheitslage volatil und beißt regional starke Unterschiede auf. Es gibt Provinzen und Distrikte, die als vergleichsweise sicher und stabil eingestuft sind. Diese Position teilt im Übrigen auch die Internationale Organisation für Migration. Gerade im Dezember hat der Generaldirektor erklärt, dass auch aufgrund der Erfahrungen mit der hohen Zahl an freiwilligen Rückkehrern die Sicherheitslage in bestimmten Regionen als sicher gilt. Über 3.200 Menschen sind nämlich im vergangenen Jahr freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt. Jetzt muss man sich schon die Frage gefallen lassen, warum diese Menschen das tun, wenn die Lage in Afghanistan so ist, dass man dort nicht abschieben kann. Jetzt kommen wir einmal zum Bericht vom URNCR vom 22.12. Ja, dort sind ernstzunehmende Hinweise auf eine Verschlechterung der Sicherheitslage enthalten. In einem zentralen Punkt kommt man aber zu einer sehr ähnlichen Einschätzung wie der Asyllagebericht des Bundes. Auch dieser Bericht bestätigt, dass es in Afghanistan große regionale Unterschiede gibt. Jetzt möchte ich ganz kurz auf eine Pressemitteilung der Linksfraktion eingehen, die heute herausgegeben worden ist. Da wird der URNCR sozusagen zitiert. Die Sicherheitslage sei so, es gäbe keine sicheren Regionen in Afghanistan. Ich darf das hier kurz einmal zeigen. Das ist von den Tagesthemen. Ich darf kurz einmal den URNCR zitieren. Mit Blick auf Afghanistan möchte URNCR anmerken, dass URNCR aufgrund der sich ständig ändernden Sicherheitslage bei der Feststellung internationalen Schutzbedarf selbst keine Unterscheidung von sicheren und unsicheren Gebieten vornimmt. Aber dann können Sie sich ganz sicher auch nicht darauf beziehen, dass Sie in Ihrer Pressemitteilung sagen, Nein, dann haben Sie die Tagesthemen nicht verstanden. Das ist ein sehr klarer Hinweis, dass das URNCR gerade nicht vorgenommen wird. Das hat die Bundesregierung übrigens auch geteilt. Außerdem hat der Sprecher von Sigmar Gabriel, dem neuen Bundesaußenminister, gerade erst und zwar im Nachgang des URNCR-Berichts mitgeteilt, dass es keine generelle Neubewertung geben wird. Dann kommen wir jetzt einmal zum SPD-Antrag. Da fordern Sie in Punkt 2, mit dem Bundesinnenminister darauf hinzuwirken, dass es längerfristig keine Abschiebungen gibt. Die Grundlage, das habe ich eben gesagt, ist der Asyllagebericht des Auswärtigen Amtes. Dann finde ich, sollte hier auch der Bundesaußenminister genannt werden. Ehrlich gesagt, da machen Sie es sich ein bisschen einfacher. Das sollten Sie vielleicht damit einmal klären. Dann finde ich auch, wenn Sie sich nur auf den CDU-Minister beziehen, dann merkt man auch, dass Sie da irgendwie Parteipolitik machen. Der Bundesaußenminister ist da genauso in der Verantwortung. Ich kann hier auch andere SPD-Politiker nennen. Auch Hamburg führt weiterhin ab. Der Innensenator hat das gestern auch noch einmal formuliert. Wir haben geringe Ermessensspielräume. Das haben wir hier auch schon diskutiert. Wir haben außerdem gesagt, wir machen das klar eine intensive Einzelfallprüfung und wollen uns vorrangig auf Straftäter konzentrieren. Jetzt wird es interessant, wenn wir einmal zum Abschiebestopp – das wird hier auch zitiert – zum Beispiel Schleswig-Holstein kommen. Das ist nämlich eine verkehrte Welt. Gestern gab es auch eine Debatte dazu im Schleswig-Holsteiner Landtag. Die Wahrheit ist, dass Schleswig-Holstein, so wie alle anderen Länder, Straftäter von diesem Abschiebestopp ausgenommen haben. Das Perfide ist doch daran, dass man sagt, Straftäter können dahin, dafür ist es sicher genug, aber für alle anderen nicht. Das funktioniert ja nicht. Entweder ist es sicher oder es ist nicht sicher. Das kann mir dann auch keiner erklären. Wir haben einen Beschluss der Innenministerkonferenz. Das sind alle Länder vertreten. Demnach sind das geltende Beschlusslager Abschiebungen nach Afghanistan nicht generell ausgeschlossen. Ich will noch einmal formulieren, wir müssen funktionierende Regeln haben, die die Rückkehr derer sicherstellen, die hier eben keinen Aufenthalt haben. Wir leben in einem Rechtsstaat, und es gehört nun einmal dazu, dass Gesetze auch angewandt werden. Wer das nicht möchte, der soll das dann sagen. Aber vom Landtag aus halte ich das für falsch, Gesetze außer Kraft zu setzen. Ein Satz zur Aktivierung. Ich sehe die Zeit, Herr Präsident, Frau Präsidentin, zur Aktivierung pensionierter Polizisten. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was daran kritikwürdig sein soll, dass man Ausländerbehörden unterstützt. Daran kann ich nichts finden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Kollegin Wallmann, bitte letzter Satz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Position ändert sich nicht, auch so oft, wie wir das diskutieren. Wir stehen zur Solidarität mit politisch verfolgten Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Aber genauso stehen wir auch dazu, dass Menschen, die keinen Schutzstatus haben, unser Land wieder verlassen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir stehen vor einer schwierigen Situation. Wir hören Berichte darüber, auch zuletzt vom UNHCR, die berechtigten Zweifel und beträchtlichen Zweifel aufkommen lassen, ob Abschiebungen nach Afghanistan angesichts der Sicherheitslage im Land noch zu verantworten sind. Trotz dieser Zweifel hält die Bundesregierung bislang an ihrer Praxis fest. Wir GRÜNE teilen ausdrücklich die Bedenken der Sicherheit in Afghanistan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD Wir haben deshalb auf Bundes- wie auf Landesebene einmütig die Bundesregierung aufgefordert, unter der Berücksichtigung der Erkenntnisse von UNHCR, der NGOs und in Afghanistan tätigen Hilfsorganisationen die Situation nochmalig zu überprüfen und so die Voraussetzungen für ein Ende der derzeitigen Abschiebepraxis zu schaffen. Ja, natürlich dauerhaft. Richtig, genau. Das kann man auch dazu sagen. Selbstverständlich. Die Frage des Kollegen Schäfer-Gümbel ist richtig. Eine dauerhafte Lösung bei der Abschiebung nach Afghanistan kann es nur geben, wenn die Sicherheitseinschätzung des Bundesaußenministers eine andere ist, woraufhin der Bundesinnenminister einen anderen Bericht zu Herkunftsländern an das BAMF gibt, woraus folgt, dass das BAMF keine Spielräume hat, überhaupt noch ablehnende Bescheide zu erstellen, sodass Afghanen erst gar nicht mehr ausreisepflichtig sind. Das ist die Grundvoraussetzung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will da keine Schärfe hineinbringen, zumindest nicht aufgrund der kurzen Redezeit. Ich will Ihnen sagen, was die Schwierigkeiten für die Konsequenzen daraus, dass das nicht so ist, dass es auf Bundesebene eine solche Regelung gibt, bedeutet, dass jedes Bundesland ihre Ermessungsspielräume nutzen müssen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang für uns Grüne und das gilt für alle elf Bundesländer, in denen Grüne mitregieren. Wichtig ist, dass die Interessen der Menschen aus Afghanistan gewahrt bleiben und die Ermessensspielräume in den Ländern effektiv genutzt werden. Auf diesem Weg dorthin gibt es unterschiedliche Optionen. Aber im Ergebnis halte ich für heute fest, ob Schleswig-Hölstein, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz oder andere. Wir für Hessen haben uns in einer Option für die Option entschieden, dass die Landesverwaltung die Einzelfälle daraufhin prüft, dass sie ihre Ermessensspielräume so wahrnimmt, dass faktisch nur noch vorrangig Straftäter nach Afghanistan abgeschoben werden. Das heißt, wir haben eine Lösung, die nicht auf drei Monate beschränkt ist, wie etwa in Schleswig-Holstein mit einem temporären Abschiebestopp, sondern wir haben eine Lösung, die bedeutet, wir prüfen jeden Einzelfall, und zwar so, ob ein mehrfach Straftäter ausreisepflichtig ist. Diese Personen werden vorrangig abgeschoben. Wenn sich fragt, wer in München in diesem Flieger saß, zeigt auch, dass der hessische Innenminister heute öffentlich bekannt gegeben hat, dass sich vier ausreisepflichtige Mehrfachtäter an Bord dieser Maschine aus Hessen befanden. Damit haben wir als Regierungskoalition eine Vereinbarung getroffen, die die Landesverwaltung klugerweise umsetzen und die es für mich bedeutet, faktisch werden nach Afghanistan nur noch Straftäter abgeschoben. Das ist aus unserer Sicht eine gute Lösung. Ich erspare mir, weil meine Redezeit nahezu abgelaufen ist, noch einmal die Bemerkung darauf, dass ich mir das Engagement aller hier im Raum Vertretenden wünsche, dass der Druck auf die Bundesebene so stark wird, dass wir uns über dieses Thema möglichst schnell nicht mehr unterhalten müssen. Ein denkbares Modell ist ein Verfahren. Wenn man Afghanistan gleich behandeln würde wie Syrien, wir kennen die Verfahren schnell und sicher, dann wäre das eine mögliche Lösung, die jedes einzelne Bundesland und auch in Hessen vor diesen quälenden Prozessen schützt und die vor allem die Menschen, die Afghanen, die vor Abschiebung bedroht sind, eine deutliche Erleichterung bedeuten würde. Sie wüssten dauerhaft und sicher, dass sie nicht abgeschoben werden, es sei denn, dass sie Straftäter sind. Das ist unser Ziel. Wir GRÜNE haben damit ein klares Signal gesetzt. Wir danken unserem Koalitionspartner. Ich denke auch, wenn die Oppositionspartei, vor allem die SPD, ihrer Verantwortung gerecht wird, müssen wir vielleicht in nur wenigen Wochen gar nicht mehr über dieses Thema reden. Danke schön. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich fand die Debatte bisher durchaus sachlich. Herr Kollege Bellino, bei einem Thema, das wir gemeinsam – Sie haben ja recht, warum gehe ich auf Sie ein? – Meine Damen und Herren, der erste Aspekt zu dem Antrag der LINKEN, Stichwort Pensionierte Polizeibeamte, werden eingesetzt, nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon länger. Das zeigt in der Tat, dass wir eine verfehlte Personalpolitik haben. Das haben wir seit Jahren thematisiert. Nicht nur Polizeibeamte werden jetzt benötigt, sondern auch Tarifbeschäftigte. Die könnten tätig werden. Jetzt werden acht Stellen im höheren Dienst geschafft. Kollege Faeser hat es gesagt. Es zeigt sich, es rächt sich. Man braucht auch qualifiziertes Personal zur Erfüllung seiner Aufgaben. Das ist die Konsequenz einer verfehlten Personalpolitik der letzten Jahre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nachdem dieser Sachverhalt relativ klar darstellbar ist, ist der zweite Teil schon deutlich komplizierter. Wie gehen wir mit dem Thema Abschiebung nach Afghanistan um? Ich glaube, es macht sich keine Fraktion im Landtag hier einfach und hat die Patentlösung. Ich finde, hier geht es um Menschen. Da ist das Gebot der Humanität für uns und für uns gemeinsam, sollte es sein, an erste Stelle zu setzen. Ja, die Bundesregierung trägt natürlich auch die Hauptverantwortung, und zwar nicht nur der Bundesaußenminister, sondern die gesamte Bundesregierung. Das sind zwei Ministerien gefordert, das Außenministerium und das Innenministerium. Sie sind natürlich auch für die Beurteilung der Lage, das bestreiten Sie, dann nehmen wir das so zur Kenntnis. Völlig unstreitig. Dann sollten wir auch, und das Angebot machen wir Ihnen, dann können wir als Landtag die Regierung unterstützen und bitten, dass wir uns an die Bundesregierung wenden. Sie sollen die Sicherheitslage in Afghanistan neu überprüfen. Das können wir gemeinsam hier und heute verabreden, weil das ein wichtiger Anhaltspunkt ist. Meine Damen und Herren, weil der Bericht der UN-ATR erwähnt worden ist, weist darauf hin, dass die Situation in Afghanistan in vielen Bereichen eben nicht sicher ist. Sie sagen zu Recht, Hauptverantwortung trägt der Bund. Das teilen wir. Aber wenn wir ehrlich sind, es gibt natürlich auch als Land eine Möglichkeit, einen Ermessensspielraum, wenn Sie sich den § 60a des Aufenthaltsgesetzes anschauen, so wie wir es in unserem Antrag formuliert haben. Ein Land kann einen vorübergehenden Abschiebestopf für drei Monate nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes für Afghanistan erlassen. Dieser Ermessensspielraum ist da. Er ist vorhanden. Das Land Schleswig-Holstein nutzt ihn. Deswegen ist es ein rechtlich zulässiges Instrument im Interesse der Menschen und der humanitären Verantwortung, die wir gemeinsam haben. In Thüringen, in Nordrhein-Westfalen wird es nicht formal juristisch, aber faktisch ähnlich gehandhabt. Ja, Herr Al-Wazir, ich weiß nicht, was Ihre permanenten Zwischenrufe dann immer an der Stelle sollen. Na ja, dass Sie allwissend sind, das weiß ich. Aber dieser Zwischenton ist bei der Debatte völlig unangemessen. Ich habe den Eindruck, wir wollen gemeinsam eine Lösung eines schwierigen Sachverhaltes arbeiten. Noch einmal, das Gebot der Humanität muss erste Priorität bei dieser Frage hier im Hessischen Landtag haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege Bocklet, deswegen will ich Ihre Anregung und Ihren Hinweis durchaus aufgreifen. Sie haben gesagt, es müssten Kriterien entwickelt werden, oder Sie würden vorliegen. Wie gehen wir mit dem Thema Abschiebung nach Afghanistan um? Ja, dann greife ich den Ball auf. Dann würden wir Sie als Koalitionsfraktionen und als Landesregierung bitten, diese Kriterien auch bitte dem Landtag in einem zuständigen Ausschuss kurzfristig darzulegen, damit nachvollziehbar ist, unter welchen Aspekten und welchen Kriterien eine Abschiebung überhaupt noch nach Afghanistan möglich ist. Denn wir brauchen natürlich eine Gleichheit der Anweisungen für die Ausländerbehörden, dass nicht die eine Ausländerbehörde so und die andere so entscheiden. Deswegen sind wir Ihnen für diesen Hinweis dankbar. Wir haben eine Verantwortung auch auf Bundesebene, die GRÜNEN übrigens über den Bundesrat. Ich könnte jetzt auf die Diskussion in Baden-Württemberg hinweisen, nach den Abschiebungen von gestern, denen die Sens augenscheinlich zwischen Ministerpräsident und Innenminister war. Ich glaube, das parteipolitische Karo sollten wir bei dieser Frage außen vor lassen. Ich finde, das ist in dieser Debatte bisher gelungen, bis auf einen einzelnen Zwischenrufer in der ersten Reihe der CDU gelungen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es der Sache dient, sollten wir die Anträge in den zuständigen Innenausschuss verweisen. Wir sollten dann zur nächsten Sitzung die Landesregierung bitten, die Kriterien darzulegen. Wenn es darum geht, Humanität an erste Stelle zu setzen, dann haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Vielleicht ist es auch einmal der Lackmustest, dass es in diesem Hessischen Landtag gelingen kann. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben auf der Tagesordnung eigentlich den Dringlichen Entschließungsantrag der LINKEN, bei dem es zunächst einmal um die Mobilisierung funktionierter Polizeikräfte geht. Aber ich habe inzwischen verstanden, dass das offensichtlich nur der Aufhänger war, um das Thema Afghanistan anhängen zu können, um den gescheiterten Versuch zu unternehmen, das an einen anderen Punkt der Tagesordnung anzuknöpfen. Trotzdem vorab ein Satz zu dem Thema. Es spricht überhaupt nichts dagegen, gerade wenn Personalengpässe bestehen, wenigstens pensionierten Beamten die Möglichkeit zu geben, dort ihre Tätigkeit auszuüben. Das gilt im Lehrerbereich. Wir hatten das gestern oder vorgestern, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das gilt im Polizeibereich ganz genauso. Ich sage Ihnen insgesamt, wir sollten sowieso sehr viel mehr für die Flexibilisierung der Altersgrenze tun und den Menschen die Gelegenheit geben, so lange zu arbeiten, wie sie das selbst für richtig halten und sie nicht zwangsweise in Ruhestand zu schicken. Das Thema Afghanistan, um das es offensichtlich ansonsten geht, haben wir jetzt in jeder Plenarrunde, ich glaube, im Dezember, Januar, Februar, vielleicht kommt es im März auch wieder. Das Thema ist ein wichtiges, aber es hat sich an den Rahmenbedingungen relativ wenig geändert, seitdem wir das im Dezember diskutiert haben. Fest steht nun einmal, und das müssen wir alle zur Kenntnis nehmen, zum Abschluss eines umfangreichen rechtsstaatlichen Verfahrens mit individueller Prüfung, die Konsequenz daraus, wenn im Einzelfall festgestellt wird, hier gibt es keinen Aufenthaltsstatus, kein Aufenthaltsrecht, und solche rechtsstaatlichen Entscheidungen müssen letztlich auch exekutiert werden, müssen umgesetzt und vollzogen werden, wenn sich dieser Staat nicht lächerlich und unglaubwürdig machen will. Ein spezielles Thema ist in der Tat die Situation in Afghanistan. Deswegen haben wir uns hiermit auch schon mehrfach sehr intensiv befasst. Wir schauen alle, ich glaube, das kann man für alle Fraktionen sagen, seit Jahren mit großer Sorge auf die innenpolitische Situation in Afghanistan. Nicht umsonst hat sich die Bundesrepublik dort massiv engagiert. Es ist wirklich bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, dort eine dauerhafte flächendeckende Befriedung zu schaffen. Es gibt keine flächendeckende Sicherheit in Afghanistan. Das ist ein Tatbestand, an dem keiner vorbeikommt. Aber es gibt auf der anderen Seite nach der Einschätzung der Bundesrepublik Deutschland, der zuständigen Minister der Bundesrepublik Deutschland, des früheren zuständigen Bundesaußenministers Steinmeier, des jetzigen zuständigen Außenministers Sigmar Gabriel, offensichtlich Bereiche in Afghanistan, in die man abschieben kann, weil es dort sicher ist. Ich wiederhole das, was ich hier auch schon mehrfach gesagt habe. Das entzieht sich meiner Beurteilung. Das entzieht sich meiner Beurteilung. Es ist Sache der zuständigen Instanzen in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich insbesondere des Außenministeriums, diese Entscheidung zu treffen. Die Diskussion, wie sie teilweise geführt wird, ist in der Tat eine, die einen häufiger zum Ärger bringen kann. Ich habe es jetzt in der Frankfurter Rundschau gelesen. Der geschätzte Herr von Bebenburg, der in der Tat sehr sorgfältig arbeitet, ist da aber immer dann ein wenig von der Emotion geleitet, ein bisschen unsorgfältig, wenn er von der Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan spricht. Meine Damen und Herren, es geht nicht um die Abschiebung von Flüchtlingen. Diese Begriffsverwirrung, diese Legende muss man einmal ein wenig aufräumen. Flüchtlinge dürfen nach geltendem deutschen Recht nicht abgeschoben werden. Flüchtlinge, egal welchen Flüchtlingsstatus sie haben, die Menschen, um deren Abschiebung es geht, haben eben keinen Flüchtlingsstatus. Es sind keine Flüchtlinge, und deswegen dürfen nur diejenigen abgeschoben werden, die keinen rechtlichen Aufenthaltsstatus haben. Sie, meine Damen und Herren, erwecken mit Ihrem Verhalten den Eindruck, Deutschland sei ein Willkürstaat. Das ist nicht nur falsch, sondern es untergräbt das Vertrauen in die Bundesrepublik Deutschland. Meine Damen und Herren, Deutschland und dem besonderen Hessen gewähren großzügig Zuflucht und Aufenthalt für Menschen, die für Verfolgung und Krieg fliehen müssen. Wer aber am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens – das wiederhole ich – nachweislich keinen Anspruch auf Aufenthalt hat, der muss wissen, dass sich unser Rechtsstaat durchsetzt, um die Interessen unseres Landes zu wahren. Meine Damen und Herren, das erwarten wir als Freie Demokraten von unserem Staat. Das habe ich schon einmal gesagt. Das erwarten die Menschen in unserem Land von der Politik. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Abschiebung nach Afghanistan haben wir in mehreren Debatten miteinander hier schon geklärt und diskutiert. Die aktuelle Bewertung der Bundesrepublik Deutschland, die in der Tat zuständig ist, ist, dass die Sicherheitslage in Afghanistan Rückführungen nach Afghanistan zulässt. Das ist bisher gerichtlich bestätigt worden, soweit ich das weiß. Im Übrigen gilt es auch für unsere europäischen Nachbarn, die ebenfalls Rückführungen nach Afghanistan durchführen. Ich sage, ich habe auch keine Zweifel an der Korrektheit der Einschätzung der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesregierung hierzu. Wir haben dann Recht und Gesetz umzusetzen am Ende. Meine Damen und Herren, wir haben die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viele Menschen in unserem Land aufgenommen. Ich finde, dass wir diesem humanitären Auftrag folgend auch die Akzeptanz weiterhin hochhalten müssen, dass wir auch in Zukunft Flüchtlinge in unserem Land aufnehmen. Dafür ist es aber unabdingbar, dass wir diejenigen, die kein Bleiberecht in unserem Land haben, auch wieder in ihre Heimatländer zurückführen. Da gibt es keine Unterschiede, sondern da geht es nach Recht und Gesetz und nach vollziehbarer Ausreisepflicht. Meine Damen und Herren, wie wir die Rückführung nach Afghanistan durchführen, haben wir in den Debatten im Hessischen Landtag bereits miteinander erörtert. Es ist niedergelegt. Auch die Kriterien oder die Maßstäbe sind in den Anträgen, die wir hierzu im Hessischen Landtag beschlossen haben. Ich weise einmal darauf hin, Herr Kollege Schaus und Herr Kollege Rudolph, Sie waren beide dabei. Ich habe in der letzten Innenausschusssitzung zu diesen Fragen, sowohl was die Frage der Maßstäbe angeht, wie auch was die Frage des Rückführungsmanagements und des entsprechenden Referats im Hessischen Innenministerium ausführlich Stellung genommen. Meine Damen und Herren, wir mobilisieren im Moment Polizeivollzugsbeamte und nicht reaktivieren, sondern wir mobilisieren Pensionäre zur Unterstützung der Ausländerbehörden, um sie dabei zu unterstützen, dass sie den anfallenden Aufwand, der durch die vielen Entscheidungen, die jetzt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei den Ausländerbehörden entsprechend ankommen, bewältigen können. Deswegen ist die Folgerung zweifach falsch, die Herr Kollege Rudolph hier getroffen hat. Erstens. Die Situation, die wir jetzt haben mit den Flüchtlingszugängen, war nicht erkennbar. Das ist keine Frage von jahrzehntelanger Personalpolitik. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Sie haben aber die Frage der Personalpolitik in den Raum gestellt. Ich sage Ihnen, es war nicht erkennbar, dass eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Mit den Auswirkungen haben wir uns jetzt zu beschäftigen und das in einer anständigen und ordentlichen Form nach Recht und Gesetz zu machen. Wenn wir da temporäre Spitzen haben, temporäre Belastungsspitzen in bestimmten Behörden, dann müssen wir darauf jetzt reagieren. Das tun wir in einer angemessenen Form, meine Damen und Herren. Herr Kollege Rudolph, das ist das Erste, was wir übersehen haben. Das Zweite, was wir übersehen haben, wenn wir die Ausländerbehörden unterstützen, dann sind das 31-mal kommunale Behörden und 3-mal Landesbehörden. Wir unterstützen mit diesem zusätzlichen Personal, das wir zur Verfügung stellen, kommunale Behörden. Ich finde, das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir seitens des Landes genau das machen. Die Polizeivollzugsbeamten, die wir dort mobilisieren, sollen keine vollzugspolizeiliche Tätigkeit haben. Sie werden keine Aufgaben machen, wofür Polizeivollzugsbeamte bisher eingesetzt wurden, sondern Sie werden die Ämter unterstützen, insbesondere bei der Beratung ausreisepflichtiger und ausreisewilliger Ausländer, ganz im Sinne unseres Rückführungsmanagements. Die Menschen zu beraten, freiwillig zurückzukehren und sich nicht diesen furchtbaren Abschiebungen zu unterziehen, das sollen die Polizeivollzugsbeamten machen. Ich weiß nicht, Herr Schaus, ich weiß nicht, Herr Rudolph, was Sie an dieser Frage kritisieren können. Meine Damen und Herren, es ist mir völlig schleierhaft. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die Kolleginnen und Kollegen sind eine wertvolle Ressource, die wir uns hier für eine schwierige Frage für die erwarteten Belastungsspitzen zunutze machen. Ich finde, das ist eine gute und angemessene und bewährte Strategie, die ich in keiner Weise kritikwürdig finde. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Das Wort hat Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich gemeldet, weil ich noch einmal auf den Bericht des UNHCR eingehen wollte, den Frau Wallmann in einem Satz zitiert hat. Frau Wallmann, ich würde Ihnen empfehlen, erstens den UNHCR-Bericht komplett zu lesen und nicht nur einen Satz, den Sie dann auch noch falsch verstanden haben. Der Bericht des UNHCR beginnt nämlich mit dem Satz, dass sich die Sicherheitslage im letzten Jahr insgesamt nochmals deutlich verschlechtert hat. Vor diesem Hintergrund ist die statistische Entwicklung der Entscheidungspraxis des Bundesamtes eher überraschend. Im Jahr 2015 wurden noch 78 % aller Entscheidungen in der Sache Schutz gewährt, ist die Gesamtschutzquote 2016 nur noch gut. 60 %, also rückläufig, kann der UNHCR nicht nachvollziehen. Man spricht von einer sich ständig veränderten Sicherheitslage. Frau Wallmann, ein pauschalierender Ansatz, der bestimmte Regionen als sichere und zumutbare interne Schutzalternative ansieht, ist nach Auffassung von UNHCR vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Afghanistan nicht möglich. Ich empfehle, den Bericht einmal komplett zu lesen und zu verstehen. Der macht ganz deutlich, dass Afghanistan nicht sicher ist, und deswegen darf nach Afghanistan nicht abgeschoben werden. Über 11.000 verletzte und tote Zivilisten im letzten Jahr, davon ein Drittel Kinder. Da kann man sich natürlich hinstellen wie der Bundesinnenminister und sagen, Zivilisten sind in Afghanistan nicht Ziel, sie sind Opfer, und das sei ein großer Unterschied. Das ist aber zynisch. Das ist einfach nur zynisch angesichts dieser Opferzahl. Das Problem ist, Sie können auf Nachfrage sagen, nennen Sie doch einmal eine sichere Region. Herr Innenminister, nennen Sie doch einmal namentlich eine sichere Region. Dann können wir darüber reden, was dort an Kampfverhandlungen stattfindet oder nicht. Im Januar fand die zweite Sammelabschiebung nach Afghanistan statt, ab Frankfurt. Bei den Abgeschobenen war auch ein junger Mann namens Akbari. Er war Altenpfleger und lebte in einer Gastfamilie in Bayern. Kurz nach der Abschiebung wurde er durch ein Selbstmordattentat in Kabul, bei dem 20 Menschen gestorben sind, schwer verletzt. Ich finde, angesichts der Gefahr, die wir jedem einzelnen Menschen aussetzen, der dahin abgeschoben wird, ist es doch zynisch zu sagen, wir halten uns hier an Recht und Gesetz. Was hat das mit Recht und Gesetz zu tun, wenn wir zulassen, dass Menschen in Lebensgefahr geraten? Er wurde im Januar abgeschoben. Nur wenige Tage später ist er bei einem Selbstmordattentat zu Schaden gekommen. Es kann doch nicht sein, dass man Menschen in einem Krieg abschiebt, meine Damen und Herren. Ich kann das auch einfach nicht nachvollziehen. Der UNHCR sagt, Afghanistan ist nicht sicher. Der Global Peace Index sagt das. Amnesty International sagt das. Ich verstehe einfach nicht, warum sich das Auswärtige Amt dieser Auffassung nicht anschließt. Deswegen brauchen wir natürlich dringend eine Neubewertung, was die Sicherheitslage in Afghanistan angeht. Ja, der Bund ist in der Pflicht. Das heißt aber nicht, dass das Land und die Landesregierung nichts machen können. Wer könnte einen dreimonatigen Abschiebestopp beschließen? Das würde Sicherheit geben all den Menschen, die in diesem Bundesland leben und die tagtäglich Angst haben, dass sie abgeschoben werden. Wenn Herr Bocklet sich jetzt hierhin stellt und erklärt, es wird keiner mehr vorläufig abgeschoben bis auf Straftäter, wobei ich das auch für falsch halte, wenn Afghanistan nicht sicher ist, darf man niemanden abschieben, davon abgesehen, dass das Land auch nicht sicherer wird, wenn man die ganzen Straftäter abschiebt. Das halte ich für falsch. Aber ich habe diese Aussage von Herrn Bocklet bei Frau Wallmann und bei Herrn Beuth so nicht gehört. Deswegen meine Frage. Gibt es einen Erlass? Gibt es eine Anweisung? Gibt es irgendetwas, was diese Landesregierung veranlasst hat, damit nicht weiter nach Afghanistan abgeschoben wird? Gerade haben wir gehört, dass es allein 140 ausreisepflichtige afghanische Hindus und Sikhs in Hessen gibt. In Afghanistan ist niemand sicher, aber religiöse Minderheiten sind besonders gefährdet. Die Menschen, die jetzt einen Abschiebebescheid bekommen, die in Angst leben, tagtäglich Angst haben, dass sie abgeschoben werden, die Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie Angst haben, dass sie abgeschoben werden, denen hilft doch nicht die Aussage, Herr Bocklet hat im Landtag gesagt, ihr werdet nicht abgeschoben, sondern sie brauchen doch etwas Schriftliches. Sie brauchen entweder einen Beschluss des Landtags, dass es einen Abschiebestopp gibt oder einen klaren Erlass dieser Landesregierung. Deshalb ist meine Frage. Ist diese Landesregierung bereit, diese Abschiebung sofort auszusetzen, zumindest auszusetzen, um den Menschen auch ein Gefühl der Sicherheit in Hessen zu geben? Vielen Dank. Vielen Dank. – Das Wort hat Kollege Merz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will genau an der Stelle ansetzen, an der die Kollegin Wissler aufgehört hat. Aber ich will zwei Dinge vorausschicken. Erstens. Ich wiederhole das, was ich im Dezember in diesem Plenum gesagt habe. Niemand unterstellt hier irgendjemandem, dass man ein Interesse an Abschiebungen hätte. Das unterstellen wir niemandem in diesem Saal. Niemand aus der SPD-Fraktion hat die Absicht, Leute dafür haftbar zu machen, für das, was Parteifreunde in anderen Bundesländern tun. Das hat bei anderer Gelegenheit der Kollege Roth schon einmal gesagt. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir uns daran bei Gelegenheit erinnern würden. Wir sind der Hessische Landtag, und wir sind verantwortlich dafür, was Menschen in unserem Verantwortungsbereich zustößt oder eben auch nicht zustößt. Das schließt auch die ausreisepflichtigen Menschen aus Afghanistan mit ein. Nein, wir haben uns zu vergewissern, ob die Entscheidung darüber, ob die Ausreisepflicht tatsächlich durchgesetzt wird, ob das nach vernünftigen Kriterien, nach menschlichen Maßstäben geschieht, ja oder nein. Letzte Vorbemerkung. Es ist in Bezug auf unseren Antrag von der Kollegin Wallmann, glaube ich, gesagt worden, wir hätten hier bewusst nur den Innenminister erwähnt. Das ist falsch, Frau Kollegin. Der Innenminister ist zuständig über die Frage der Durchführung von Sammelabschiebungen. Deswegen steht er da drin. Sie können versichert sein. Warte, langsam. Sie sollten wissen, dass es klug ist, mich ausreden zu lassen. Wir arbeiten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, auf allen uns zur Verfügung stehenden Wegen daran, dass das Bundesaußenministerium, und zwar ganz unabhängig davon, ob es jetzt von einem SPD-Menschen geführt wird oder nicht, aber es wird von einem geführt. Deswegen haben unsere Einflussmöglichkeiten auch gegeben. Wir arbeiten daran, dass das Bundesaußenministerium seine Haltung in dieser Frage ändert, weil sie aus unserer festen Überzeugung mit der Realität in Afghanistan nicht übereinstimmt. Jetzt komme ich zu dem zentralen Punkt, was uns heute in dieser Debatte angeht. Ich habe festgestellt, dass es zwischen dem, was der Kollege Bocklet hier und in dem Gespräch vorhin mit den Vertretern der afghanischen Sikhs und Hindus gesagt hat, und dem, was der Innenminister hier gesagt hat, einen Unterschied gibt, und zwar einen klaren Unterschied. Kollege Bocklet hat hier an diesem Pult dargelegt, so habe ich es verstanden, und so haben es noch mehr Leute verstanden, dass bis auf Weiteres, das heißt, bis auf Widerruf, Menschen nach Afghanistan nicht mehr abgeschoben werden, es sei denn, es seien Mehrfachstraftäter. So habe ich es verstanden, und wäre der Begriff des Mehrfachstraftäters auslegungsbedürftig, aber was ich verstanden habe, ist, dass das, was der Innenminister gesagt hat, etwas ganz anderes war. Der Innenminister hat gesagt, korrigieren Sie es, wenn ich es falsch verstanden habe, dass die Verfahrensweisen des Landes Hessen niedergelegt sind in den verschiedenen Anträgen, die die Koalition hier vorgelegt hat. Nun lese ich den Abs. 3 und Abs. 4 dieses Antrags, und ich lese daraus etwas anderes als das, was der Kollege Bocklet gesagt hat. Deswegen wüssten wir jetzt gerne, was wir den Menschen sagen sollen, die uns fragen, z.B. den erwähnten Vertretern der Hindu- und Sigminderheit, die Angehörige in der Größenordnung von 140 haben, die eigentlich aussagepflichtig wären. Was gilt, Herr Kollege Bocklet? Was gilt? Herr Innenminister Beuth, das wüssten wir gerne. Vielen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Wenn ich den Kollegen Rudolph richtig verstanden habe, sollen die Anträge in den Innenausschuss überwiesen werden. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich kann nur Wortmeldungen entgegennehmen, die bei mir eingehen. Ansonsten muss ich die Debatte schließen. – Ich stelle fest, es meldet sich niemand. Die Debatte ist geschlossen. Ich gehe davon aus, dass die Anträge in den Innenausschuss gehen, alle drei, und zwar die 55, 61 und 62. Dann ist das der Fall. Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt noch zu entscheiden, was mit dem Rest der Tagesordnung passiert. 21, 24, 25, 26, 28 und 56 gehen alle in die nächste Plenarsitzung. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sitzung ist, die Sitzung ist, die Mäste auf der Kategorie entgegen. Die Sitzung ist, die Jury-Kümbel, der Schädel, der Schädel, der Schädel, der Schädel, der Schädel, der Schädel ist,